Das könnte das Reclaimer-Wrack sein, wo wir da drauf zufliegen. Da sehen wir, das können wir ja aufschauen. Nee, das ist ne Mustang Alpha. Das ist ein Spieler. Ja, der wird wohl auch da sein. Das ist Konkurrent. Meinst du? Ja. Ne Mustang Alpha. Wer fliegt denn mit der Mustang Alpha noch? So ein, so ein Geringverdiener. Aber dem tun wir natürlich nix. Wir sind ja nette Piraten. Ja. Ja, da sehe ich die Absturzstelle. Das ist die Reclaimer. Schön ist da. Weiß ich nicht, ob da schön ist. Ja, ich finde halt die Berge ganz hübsch. Noch vier Kilometer. Müssen wir nur noch die Landung überleben und dann passt. Was meinst du mit überleben? Wir können ja eigentlich erst mal mit den Geschützen... Ja, kennt man. Ja, kennt man. Also ich sehe das Wrack schon. Sieht aus wie... Ich kann nicht vieler schießen. Da kannst du natürlich auch landen. Hast du eine Bewaffnung dabei? Nö, ich kann dich heilen. Sehr gut. Das heißt, wir müssen uns erst mal so ein paar... Ich sehe natürlich überhaupt nix, außer die Mustang Alpha. Ich sehe auf jeden Fall die drei Packages. Ja. Das sind alle Packete. Aber da kann ich gar nicht landen, weil da ist alles zu... Lass dich glatt da hinten landen. Ja, dann lande mal da hinten. Also nach unten schießen, das kann sie definitiv nicht. Denk dran, du musst deine Flügel einklappen, bevor du landest. Was geht denn da so mit... Alt-Kar? Aber doch passiert bei mir nix. Doch. Jetzt. Echt, passiert was? Okay, ich sehe es nicht. Bei mir sind die einige klappen und du musst N drücken, musst dein Fahrwerk ausfahren. N, N. Einmal N. Und du darfst nicht mit dem Kinn landen. Echt? Unsicher, vielleicht doch eher so. Ja, das sieht... Bis öfter ist da zwei Steine, sind ganz okay aus. So. Ein Stück zurück, rückwärts, ein Stück rückwärts. Ja, so, 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 so. Mach mal die... Ne, irgendwas ist da noch. Na, ein bisschen nach links, ein bisschen nach links, nach links, nach links. Flieg mal nach links. Nach links ein Stück, nach links ein Stück. Nach... Das ist das andere rechts. Links, 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 links. Verkehrt noch schief. Om Gottes Willen. Ah, runter. Also bei mir sind wir komplett schief gelandet. Ja, man kann es nicht... Also hebt nochmal ab, das geht so nicht. Nee, bei mir, bei meiner Perspektive sind die ganzen Flügel noch heraus. Und deswegen ist immer nicht zu landen. Ich glaube, vielleicht sollten wir woanders landen. Ich bin hier gerade an dir vorbeigelaufen. So. Ich schau mal raus, vielleicht krieg ich ja nicht mehr Beschuss. Was kriegst du? Vielleicht werde ich beschossen, wenn ich rausschaue. Oh, ich glaube, jetzt habe ich den hier doch nicht. Ich dachte, mein Computer ist jetzt... Na, da heben wir nochmal ab, das ist noch nicht ganz optimal. Open. Was? Nein, nicht open. Ah. Warte mal. Kannst du mal gucken, ob du so rauskommst? Also, ob du rauskommst und wieder reinkommst? Das ist nicht schön, was ich da gemacht habe? Nee, bei mir steht das Schiff sowieso immer falsch. Bist du raus? Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder reinkomme. Ja, wo bin ich denn jetzt hin? Ich weiß nicht, wo du bist. Bei mir bist du oben auf dem Schiff. Wir haben einen Springer. Geh doch hinten runter, Wolf. Wie öfter rumzutun. Wir müssen da ein freundlicher Flügel... Was machst du denn da? Als hat er sich die Gräten gebrochen, wetten? Ja, ganz ein bisschen. Ich komme jetzt mal... Überall ist gut. Ich komme mal raus. Ach doch, ich kann, glaube ich, einsteigen. Ja, ich komme rein. Sehr gut. Dann komme ich jetzt auch mal raus. Ja. Oh, es fliegt da vorn, oder was? Was fliegt davon? Nee, ich glaube, ich habe perspektivische, eigenartige Dinge. Ja, Wolfi, du bist... Ich weiß nicht, ob... Bei dir scheint einiges nicht in Ordnung zu sein, Wolfi. Ja, ich muss mich heilen, weil jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. So. Ja, bei mir ist das Schiff nicht, wo es hin will. Ja, ich mache mal vorsichtshalber die Luke zu, wa? Hat das irgendwo so eine... So eine Dingsbums? Wo man da... Nee. Wie macht man denn die Luke wieder zu? Sind Dinge am Boden? Ja, ja, Dinge sind da immer am Boden. Warte mal. Oh! Oh! Was meinst du mit Oh? Da gibt es wunderschöne Dinge. Wolfi, wovon redest du? Es gibt ganz schöne Sachen da. Was redest du denn, du? Ich habe mich verschönert. Ah! Hast du ein Helmchen gekriegt? Okay. Ja, da gibt es so Kisten, die da rumliegen. Hat der... Hat der... Gibt es hier auch Waffen? Kann man auch aufheben. Nee. Ich glaube, die kann man graben. Er hat... Hör auf, sie... 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 Sie Kiste zu graben. Ich habe eine Kiste. Ist das eine von denen, die wir brauchen? Nee, ne? Nee. Aber da ist denn Sachen drin. Ich hole mal eine, die wir brauchen. Die müsste hier... Ich... Sind tote Wolfi. Ein Glück, dass wir nicht die Ersten sind. Naja. Ja. Auch noch nicht abgefeuert. Alles gut. Äh... Prop. Ah, die erste Kiste habe ich schon mal. Aha. Bring die mal zu unserem Schiffchen. Mal, ob ich die oben da kriege? Ah, das hat jetzt hier richtig so Star Wars-Vibes. Das Schiff hier mit dem Wrack. Und dann würde ich jumpen dran da rauf. Warte mal, ich komme gleich. Du hast doch keine Waffe, du Knödel. Nimm dir die Waffe, die ich da hingeschmissen habe. Ich bin da... Ich bin da Wolfi. Ich mache das ohne Waffen. Ja. Warum hast du hier die Kiste hingeschmissen? Oh, sie fällt. Wer fällt? Die Kiste fällt. Ja, mach mal die Dings wieder auf. Wenn wir Pech haben, fliegt einer mit unserer... Wie, wie kommen wir an die Rampe ran? Da? Da. Das ist nicht schön, aber irgendwie... Ich glaube nicht, dass ich noch reinkomme. Was meinst du mit reinkommen? Ja, weil die Rampe so komisch auf und abhüpft bei mir. Also ich bin da ganz normal reinmarschiert. Wo bist du denn? Ich bin bei der hinteren Kiste. Achso. Ich habe sie gerade genommen und jetzt gehe ich raus. Das war da bei diesen toten Piloten. Der tote Pilot? Willst du dir noch die Rüstung schnappen von dem toten Piloten? Nee, da ist ein Skelett nur. Hast du die Kiste hier abgestellt, sag mal? Ich habe sie runtergeworfen, die eine Kiste. Und die andere mit dem Loot drinnen, die habe ich hinten hingetan, ja. Alles klar. Da ist Loot drinnen? Ja, da ist ein Helm. Das wäre denn, wie ich ihn aufhabe. Also zwei Kisten haben wir jetzt. Ja, ich kann nur nicht so schnell tragen, komischerweise. Ja, ich laufe auch irgendwie sehr langsam. Keine Ahnung warum. Ist das neu? Also wir sind irgendwie merkwürdig gelandet mit dem Schiff, muss man sagen. Das heißt, du hast die letzte Kiste? Ja. Wollen wir noch ins Wrack gehen und uns da ein bisschen umgucken? Ja, können wir machen. Auf die Befeindes wir dann sterben. So. Zwei Kisten drinnen. Ich muss leider das vorher abstellen, weil ich kann das nicht reintragen. Wie, du kannst das nicht reintragen? Ja, bei mir springt das Schiff auf und ab. Ich kann es nicht mehr. Dann schmeiß den mal hier hin, ich bringe das rein. Für mich ist gerade die Rampe da fast 200 Meter hoch oder was? Bitte? Mach mal ein Bild davon, will ich sehen. Bei mir steht das Schiff ganz artig da, wo es sein soll. Also nicht ganz artig, wir haben nicht richtig aufgesetzt, aber... Gucken, ob ich... Na, komm schon. So, alle Kisten an Bord. Im Prinzip... Ich mach mal vorsichtshalber die Rampe zu. Ich hab zwar ein bisschen übertrieben, aber es ist schon höher. Jetzt gehst du noch nie da raus. So. Jetzt hast du was nach vorn. Hast du schon in die Kiste da geschaut? Nee, komm, wir gehen mal ins Wrack gucken. Okay. Hast du dir eine Knarre mitgenommen? Nö. Ich komm ja doch in Frieden. Du kommst in Frieden, alles klar. Ich nehm mir die aber auch mal mit, weil wir ruhigen die hingeschmissen. Irgendwo hier müsste sie... Hier liegen sie rum. Achso, ein Zwei. So. 21 Schuss muss reichen. Komm, wir gehen mal da rein. Bist du das? Ich bin da. Okay. So, ich... Sonst... Ja, ne, weiß ich. Der andere Spieler vielleicht mit der Mustang. Achso. So, warte mal. Wie kommen wir denn jetzt hier... Kam wir hier rauf? Also da gibt's ne... ne Jump... äh, herumgebringerei da. Da ist ne Leiter. Ja, aber wir wollen ja... Na gut, ist eigentlich egal, in welches wir reingehen, ne? Na da ist's blöd. Da kann man sich umbringen, beim Wegs nicht rum. Weil... Ich war der Mann... Komm mal mit, komm mal wieder runter. Also ich war ja hier auf dem PTU schon mal in dem Ding drin. Achso, du bist ja da... Hier wollte ich eigentlich rein. Das Ding hier. Ach, warte mal. Hier kommen wir ja rein. Hier irgendwie so da drauf. Da drauf. Ach, du gehst den Weg hoch. Und da wirst du. Ja, da kommt man so auf so ne... War ich schon oben, da hab ich eben die Kiste aufgekloppt und hab sie runtergeworfen. Äh, so, mach mal. Vorsicht, ich soll einfach mal die Knarre ziehen. So, ich bin jetzt drinne. Ich kann dir jetzt gleich zuwinken, Wolfi. Jawoll. Du bist draußen, ne? Komm grad rein, achso. Äh, frag mich halt, ob's hier Kisten gibt zum Looten, weißt du? Also die eine war schon mal ziemlich interessant. Ich höre auch was. Du hörst was? Hier ist zum Beispiel... Ne, das ist keine Kiste. Sieht schon geil aus hier drin, muss man sagen. Mit deinem Helmchen siehst du... Oh, hier sollte ich vielleicht nicht runterhopsen. Wo tut jetzt da? Wo tut jetzt? Also für mich tut jetzt da wo. Tatsache, naja, da tut etwas, hast recht. Aber nicht hier oben, oder? Nö. Da bin ich reingekommen. Wir können ja mal in den anderen Teil gehen. Das ist ja direkt verdächtig, diese Geräusche. Boah. Da hinten steht die Mustang Alpha, glaub ich, oder? Huch, aaaaaaah. Ne, doch, das ist ja... Verletzt man sich da? Naja, ich bin halt unfreiwillig runter. So, wie kommen wir hier rein? Von hinten, glaub ich. Komm mal mit. Jetzt würde ich zum Beispiel schon die Biss... Äh, die Bisskes brauchen. Nicht Bisskes. Wofür? Ja, für den... Für meinen Fuß. Achso, ja. Hast du dich verletzt? Ja. Ich hab schon einen Dreier da stehen. Einen Dreier. Ich glaub hier hinten ging's auch noch rein. Ein schönes Schiff da einfach stehen lassen. Was ist denn denn hier? Ich seh gar nix. Ist total finster hier drin. Ja, das war es hier auch schon. Das war das Cockpit hier. Ja, das Interessante ist halt der Pilot da. Den hat's erwischt. Ja. Au voilà. Ah. Ich glaube hier... Hier ist nichts. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir ab und liefern das Zeug ab, oder? Ja. Juhu. Wenn man vorausgesetzt wird, kriegen die Kiste noch vom Boden. Ja, und ich komm überhaupt noch rein. Wieso? Ja, weil so komisch auf und ab gehüpft ist bei mir. Wir kennen hier durchs Gemüse. Die kleine, süße Reclaimer. So, wo müssen wir eigentlich die Dinger abliefern? Ja, also schön ist nicht geparkt, aber sie ist halt noch aufrecht. Das Problem, dass es bei mir mit den Flügeln noch draußen ist, also... Das ist in der Tat merkwürdig. Oh, da ist noch ne Kiste. Bringen sie mit. Oh, ui. Schön. Happa, happa. Bringen sie mit, alle die... Wo ist denn die andere Kiste? Ich weiß nicht, die muss da auch ganz schön. Ach, da. Ich seh sie schon. Ach, da kann man... Okay, verstehe. Äh, was ist da drin? Helm. Ne Spielzeugpistole. Ja. Und bei dem sind Lebensmittel drin. Och, man, ich hoffe, ich schaffe das darauf. Wenn nicht, hebe ich nochmal ab und blende mal. Ich nehme die Sachen einfach mal raus hier, ja. Ist ja albern, warum soll ich die Kiste mitnehmen? Ach, bin drin. Hahaha. Na ja, die Kiste ist doch auch interessant. Ja, gut. Aha. Also, die haben offenbar neue Kisten mitgebracht mit diesem Patch. Echt, warum? Ja, weil die hatte ich vorher noch nicht gesehen. Echt, ich bin drinnen. Echt, ich bin drinnen. Huh. Bei mich bist du noch draußen. Ja, ich bin auch irgendwie gerade wieder wie am Gummiband rausgeflogen. Ja, bei mir geht auch das Schiff so rauf und runter, hin und her. Bin ich jetzt drinnen? Ja, bei mir bist du drinnen. Kannst du mal die Luke zumachen? Ja. Wo kann ich denn das nicht? Da ist sie drinnen. Achso, da habe ich eben gerade reingeguckt. Da wollte ich nicht mehr reingucken. Wie komme ich denn hier wieder raus? Exit. Nee, wie komme ich hier wieder raus? Aus der Kiste. Da, Exit. Und was ist da drinnen? Ein Lebensmittel. Versorgung. Ei. Ach, die Kiste ist auch halb offen. Also, ich meine, die ist vielleicht... Der Deckel ist vielleicht verschoben. Ja. Also, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. So, ich fliege mal... ...wieder nach oben und gucke mal, wo wir hin müssen. Oder sag du mal, wo müssen wir eigentlich hin? Ach, wobei, ich sehe das Ziel jetzt, glaube ich. Okay. Inke... Dextro-Band. Oh. Ich nehme jetzt von der... Huuuuh. Gelbe. Huuuuh. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen gegen das Ding, sie knallt. Was ist das für ein komischer Sturm hier? So, Wolfi? Ja? Wo müssen wir hin? Äh... Ich weiß nicht. Ich gucke gleich mal. Erstmal nach oben, oder? Jawohl. Nach oben ist immer gut. Je höher hinauf, desto tiefer fällt man. So sieht so aus. So, wollen wir mal gucken, ähm, wo müssen wir hin? Hoppo, äh, was ist denn das? Auf der anderen Seite vom Planeten. Ja. Emergency Shelter. Da müssen wir. Flug, erstmal müssen wir an Höhe gewinnen. Sonst würde halt nix. Hat so ein schönes Bett da drunter, wo sich hinlegen. Was? In dem Schiff? Ja. So, 7.000, aha. Flieg, meine Dicke. Schießt du gerade? Nee, ich schau bloß, wo da die Kanonen sind. Ach, jetzt hab ich das Bad gesehen. Na gut. So, warte mal, wo müssen wir hin? Point Vane, kann das sein? Emergency Shelter. Ja, genau. Emergency Shelter, das ist... Da, ein Bettbett. Ein, was? Ein Bett zum, zum Heilen. Glaube nicht, dass es da ein Bettbett gibt. Und Sprung! Oh, das war falsch. Sprung! Einmal um den Planeten rum. Wie schön, juhu! Ich muss mich auf was kaputt gemacht haben. Ja, aber sicher nicht ich. Nein, nein. Nein, überhaupt nicht ich. Quantum Drive is now off. So, wir fliegen dann natürlich die Coupled hin, oder? Ja, natürlich. So, bin unterwegs. Flieg, mein Engel, der Muse. Mach mal Licht an. Ich sehe ehrlich gesagt gar nichts. Ich gehe echt nur mit Bingen, dass mal was sieht. Ah ja, gut, das könnte ich ja machen. Ja. Ich gehe jetzt mal mit Bingen. Wie schön. Bing, bing. Bing, bing. Landing gear down. Landing gear down. So Wolfie, 8km noch. Könntest du nochmal Landing gear abmachen? Warum? Ich will nur mal schauen. Was willst du denn schauen? Aber mir ist vorgekommen, als hätte sich da was bewegt bei mir. Moment, mach ich. Ja, da bewegt sich der Schalter. Welcher Schalter? Oben links ist ein Schalter für... Was steht denn da? Down und Up. Landing gear deploy, Up und Down. Und der Schalter, also so ein Hebel, ein ziemlicher, der geht auf und runter. Also der bewegt sich richtig. Was mich jetzt irritiert... Warum sehe ich noch nichts? Äh... Wir sind viel zu weit entfernt. Aber ich habe das Licht eigentlich an. Ah ok, jetzt sehe ich was. Ja, das sind Sparlampen. Meinst du? Ja. Ah, jetzt. So, wollen wir mal die Flügelchen hochklappen. Ach, jetzt klappe ich sie erst aus. Warum klappe ich sie denn jetzt aus? Hast du um den Knopf gedrückt, sag mal? Nein. Sind die Flügel jetzt bei dir eingeklappt? Oh, jetzt bewegt sich was, ja. Jetzt sind sie eingeklappt. Interessant. Interessant. Warum geht denn das auf einmal? Weil ich am Steuer sitze, natürlich. Ja. Ich sehe gar nicht, wo wir aufsitzen. Facht aber sehr gut aus. Ungefähr so? Wir schauen noch ein bisschen weiter vor vielleicht. Weil wir schauen echt ein bissel. Ok, warte mal. Ich flieg noch mal ein Stück. Ja. So? Mal kurz gucken. Ich könnte sein, ich weiß jetzt nicht. Das war etwas ruppig. Aber ich glaube, jetzt stehen wir zumindest auf dem Fahrwerk. Ja. Es geht allerdings hinten ein bisschen runter. Jetzt könnte es sein, dass wir nicht mehr reinkommen. Nein, wir werden es sehen. Schau mal. Mit deinem schönen Helm. Ja. Warum läufst du rückwärts? Was, ich lauf rückwärts? Nein, nein. Alles gut. Oh, was fliegt denn da rum? Was fliegt denn da rum? Ja, die Kiste ist bei mir in der Luft. Ja. Könnte sein... Ich schmeiß die dir mal runter, die... Das sieht blöd aus, oder? Jetzt nehme ich eine mit. Ich nehme gleich eine mit. Ich schmeiß die mal runter hier, warte mal. Oh, jetzt habe ich die am Boden genommen. Ach, gut. Naja. Uh, wo ist sie hin? Okay. Da kommst du nie wieder rauf. Okay, warte mal. Aber wir haben ja noch einen Fahrstuhl. Ist okay. Wir haben ja noch einen Fahrstuhl, oder? Ja, genau. Auf den dachte ich gar nicht. Den hätte ich früher auch probieren können. Das wäre ohne sterben vielleicht. Nimm mich mit. Jetzt kannst du. Echtz, echz. Oh, Loot, Loot über Loot. Ah, ha, 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 ha. Wo müssen wir denn jetzt welche Kiste abliefern? Welche habe ich? Welche hab ich denn hier? Welche hast denn du? Keine Ahnung. Also meine, es wird hier angezeigt. Ja, war richtig. Steht da irgendwo was drauf? Ne, ich glaube, wenn du den nimmst, hast du... Pass auf. Da steht was. 7... 72 steht da drauf. Ja. 7, 72? Ne. 7, 72 die erste Zahl, ja. Die ersten zwei. Ja, war richtig. Und jetzt noch die letzte. Hast du gedrückt? Ja. So, jetzt kommen wir da natürlich... Nicht wieder drauf, oder? Ne, das sieht mir nicht aus. Das kämen wir da noch rauf. Aber zum Glück haben wir ja... ...einen Fahrstuhl. Bist du jetzt runtergekrochen? So, warte mal. Hier müsste der Fahrstuhl sein. Was hast du denn jetzt gemacht? Ach so, ich hab die Rampe zugemacht. Ich dachte, das wäre der Fahrstuhl. Ach, da ist Wetterfroren. Der ist hier auf der... genau. Hoppala. Scheiße, Wolfi. Ich, 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 ich. Scheiße. Mit uns ist das Glück. Mann, oh. Mann. Das ist das... Aber warte mal. Müller mit so einem... großen Risiken. Ich bin auf der Rampe. Alles gut, Wolfi. Jawohl. Oh, wir haben es wahrscheinlich... Dadurch hat es verschoben, das Ganze. Kann sein, ja. Bist du drauf? War eine gute Technik. Ja. So, dann mal rein hier. Und dann kriegen wir horrende Goldsummen. Geldsummen. Hurra. Aber wir haben zumindest mal die Corsair-Gassi geführt, ohne dass wir sie in die Luft gejagt haben. Naja, der Ball ist ja noch nicht um. Jetzt passiert noch was. Jetzt werden wir so viel Loot finden und tolle Sachen und dann werden wir alles verlieren. So, kann man hier mal aufmachen, ich will ans Wasser ran. So, jetzt hier. Wir haben ganz viel Geld gekriegt. Hast du einen Loot gefunden? Da ist ein... Ja, da ist ein interessanter Helm auch drin. Ist hier überall Loot. Ein roter. Hat ein roter? Ja, so ein... Naja. So ein Hörnchenhelm, ne? Genau. Ja, aber Hörnchenhelm hab ich schon. Brauche ich nicht. Da ist aber doch öfter. Da ist ja auch was für einer. Da würde ich das in den Boden schmeißen, was ich da hab. Wir sind reich, Wolfi. Hier kannst du dich verarzten. Krieg den Helm nicht weg. Welchen? Deinen? Ja. Soll ich dir helfen? Ne, ich geb den jetzt einfach ins lokale Inventar und fertig. Mach das. Hau ich das auch da rein. Na? Ist das jetzt einen neuen Helm? So und so. Ah, jetzt kann ich alles. Na ja, stimmt. Die Rüstung kann ich ja mitnehmen. Ne, kann ich nicht. Jetzt zieht er sich aus. Ah, uh. Kriegt die Krise. Ach, guck mal, ganz in lila der Wolfi. Ich glaub da gleich alles rein ins lokale Inventar. Mach das mal. Ne, mach gleich alles mit, was da noch irgendwo rumliegt. Vielen Dank. Vielen Dank.